Hallo und herzlich willkommen zu Delikates.Zerkochschung. Ja, lieben, heute geht es um ein Question and Answer Video. Also, lieben, ich wurde per E-Mail in den letzten Monaten sehr, sehr häufig mit Fragen bombardiert und ich kann die gar nicht alle mehr beantworten, weil das so viele sind. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen ein Video Question and Answer. Also, ihr stellt eure Fragen und ich beantworte diese. Also, ich würde sagen, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fragenstellen. Ich freue mich natürlich auf eure Fragen, bin ganz gespannt, was ihr da so alles wissen möchtet. Bitte hier unten kommentieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe, euer Marcel Prenz.